Ja, hallo und herzlich willkommen, wie versprochen, zur Zusammenfassung der Wolford AG. Eindrücke der Hauptversammlung 2018, so würde ich das nennen, es wird, es wird, es wird, steht auf dem Geschäftsbericht 2017-2018, der wunderbar aufgemacht wurde, mit recht nicen Fotos für uns Herren, auch drinnen muss ich zugeben. Zahlt sich vielleicht allein schon daher mal aus, den herunterzuladen, aber jetzt Spaß beiseite, kommen wir direkt zu den, nur damit ihr wisst, was ich meine, aber nicht ablenken lassen, kommen wir direkt zur Hauptversammlung. Ich werde das jetzt wieder in gewohnter, aber es ist schon interessant, wie jetzt sich die Mode verändert hat, ich werde das jetzt wieder in gewohnter Art und Weise hier euch zusammenfassen in diesem Video. Sorry, wenn es wieder ein bisschen chaotisch ist, ich hatte jetzt auch ein paar Tage keine Zeit, das Video gleich zu drehen, weil ich ja auf meinem Mobilitätskanal Videos drehe. Aber ja, jetzt geht's los. Beginnen wir vielleicht mit der Zufahrt, die war für mich ja diesmal etwas abenteuerlicher. Ich bin ja gerade nach Barcelona gefahren, Boote für meinen Freund, den Tom, der ist ja im Nationaldemen für Österreich für Segeln, Boote nach Barcelona zu führen und folglich musste ich mit dem Bootsanhänger am Weg nach Barcelona von Wien, also dann mit diesem auch Zufahren zur Wolfford AG, habe da auch die Investor Relations vorgewarnt, dass ich mit einem riesen SUV und zwei Booten hinten drauf auf den Anhänger komme. Trotzdem war die Security etwas überrascht, aber man hat dann einen Parkplatz gefunden, man kann also kostenlos hinter dem Gebäude der Wolfford AG parken. Ja, Empfang war sehr, sehr freundlich dann, Begrüßung, Empfang durch Frau Hoffmann von den Investor Relations persönlich. Ich habe mich dann auch bei ihr nochmals bedankt, möchte ich auch über das Video machen für die Organisation, dass ich da als Verrückter mit meinem Gespann parken konnte. Das war doch ein sehr ungewöhnlicher Wunsch wahrscheinlich. Bei der Anmeldung dann bekam man eine Mappe mit Schreibblock, mit einem sehr schönen Kugelschreiber, mit einem Geschenkgutschein. Das erledige ich jetzt gleich vielleicht vorweg. Da gab es für Frauen oder Männer ein Geschenk. Ich habe das für Männer genommen, eine Überraschung. Da war drinnen ein super riechendes Handgel desinfizierendes von Wolfford. Ich wusste gar nicht, dass die das auch produzieren. Geile Sache kann ich beim Autofahren natürlich hier sehr gut brauchen unterwegs, wenn man so bei den Mautstellen dann immer diese Tasse zum Beispiel drückt für die Quittung. Da bin ich immer froh, wenn ich nachher meine Hände desinfizieren kann. Wohlriechend war der Geschäftsbericht drinnen. Kugelschreiber, habe ich schon gesagt, schön verpackten glaube ich. Und ein paar Unterlagen, zum Beispiel ein Brief auch mit einer Stellungnahme von Ralf Bartel, der ja jetzt ein Ankeraktionär geworden ist von der Wolfford AG. Ja, dann nach der Anmeldung, es gab zur Begrüßung gleich Softdrinks diverse und Kleinigkeiten zu essen. Wunderbar organisiert, auch Kaffee, Kuchen, also alles am Start. Um 10.05 Uhr wurde dann durch Frau Schau, die Aufsichtsratsvorsitzende, die Hauptversammlung freundlich eröffnet und das Wort ging an einen Vorstandsvorsitzenden Dreher, der einen Bericht über 2017 und 2018 uns gegeben hat. Komme ich gleich direkt dazu. Und ja, 2017 war wohl ein sehr, auch Anfang 18 ein sehr, sehr bewegtes Jahr gewesen, sagte Herr Dreher. Er gab dann auch gleich an Frau Kurzweiter vom Vorstand, die einen Blick auf das vergangene Jahr gemacht hat. Ertragskennzahlen, EBIT 41 Prozent Steigerung, trotzdem ein Verlust und das ist glaube ich auch ganz wichtig in dem Video zu erwähnen, von 9,22 Millionen Euro. Finanzielle Situation seit fünf Jahren aber erstmals ein Free Cashflow. Man kämpft seit Jahren mit Finanzierung, wie man weiß bei der Wolfford AG, aber ich glaube genau das macht ja auch das Video wieder spannend ein bisschen und die Aktie dadurch ist natürlich auch extrem niedrig bewertet, weil wer mag schon so eine Aktie. Man ist mit dem Unternehmen stark in der Dachregion positioniert. Kernmarkt ist Europa und nur fünf Prozent in Asien und wenn man jetzt weiß, dass auch der Anker Aktionär der zweite aus Asien kommt und dass da viele Mode-Brands jetzt in einer Holding quasi dann drinnen sind oder miteinander kooperieren können, dann ist natürlich da ein Riesenpotenzial auch am asiatischen Markt. Muss ich ganz ehrlich sagen, das macht das schon wieder sehr spannend. Dann die Produktverteilung, Lagware 51 Prozent. Verkaufskanäle sind also 70 Prozent Monobrand, direkt Wolfford. Was war im letzten Jahr? Man hat sich vor allem auf die Kostenstruktur konzentriert, die nachhaltig zu verändern, so dass man hier einspart. Das geht natürlich nicht so leicht. Man muss darüber entscheiden, welche Mitarbeiter man kündigt. Das ist immer auch eine persönliche Sache natürlich, aber klarerweise für uns Aktionäre einfach wichtig, denn ein Unternehmen, das nur Verluste macht, kann auf Dauer nicht leben und kann dann keiner Mitarbeiter einen sicheren Arbeitsplatz bieten. Daher also von dem her eine wichtige Effizienzsteigerung hier eben gewesen, dass man die Mitarbeiterzahl reduziert und sich auch darum kümmert zum Beispiel die Buchhaltung effizienter zu machen etc. Die Eigentümerstruktur hat sich ja stark geändert. Ja, was hat sich bei der Eigentümerstruktur geändert? Es ist dieser Fosun eben dazugekommen oder Fusun glaube ich auch ausgesprochen. Fosun geschrieben als finanzstarker Ankeraktionär seit Mai 2018 und eben Herr Bartel. Fusun hat ein sehr umfassendes Branchenkenntnis muss man sagen und was sind das für Marken? Zum Beispiel in Deutschland haben die Tom Taylor, in Frankreich Lanvin, ich hoffe ich spreche das richtig aus, Griechenland Folie Folie, Medaillen Caruso, USA, St. John, ein exzellentes Netzwerk in ganz Asien, also sicherlich eine sehr sehr spannende Sache hier diese Ankeraktionäre bekommen zu haben. Was sind die Ziele? Fokus auf Exception European Skinwear, dass man hier die Marke sozusagen auch ein bisschen ändert oder diese, dass das Brand in die Richtung eben ändert. Marktkommunikation auf Millennials, da werden wir auch dann zu meiner Wortmeldung noch kommen, weil da sehe ich ein bisschen ein Problem bei den Produkten, aber das ist eine ganz persönliche Meinung, nur man geht jetzt sehr stark auf eben neues Marketing, Social Media sehr stark, YouTube, Instagram, Influencer etc., ist hier also auch sehr offen, daher war es auch kein Problem für mich Fotos zu machen, weil man sich also hier sehr in diese Richtung jetzt auch konzentriert. Und ja, man hat jetzt, vielleicht darf ich auch noch von den Mitarbeitern hier was sagen, von 1360 Mitarbeiter haben wir jetzt, vorher waren es 1491, vor etwa einem Jahr, also da hat man doch deutlich reduziert. Dann hat man eben sich auch beraten lassen voriges Jahr, da waren relativ hohe Beratungskosten bei der Umstrukturierung, aber dafür starke Einsparungen möglich. Und man hat neue Popup Stores entwickelt und da geht es vor allem auch um das Design der Auslagen, wo man alles mit Bildschirmen arbeiten kann. Man hat eine personalisierte Tattoo-Strumpfhose entwickelt, die jungen Damen stehen, also Schlange für diese Strumpfhosen, sagte man. Und ja, also dann noch zahlreiche Auszeichnungen auch für Umweltverträglichkeit etc., was vielleicht sicher im Zeichen Nachhaltigkeit auch eine wichtige Rolle spielt. Der Saisonauftaktor trotzdem relativ schwach, was angeblich auch daran lag, dass eben ein sehr heißer Sommer war. Ich spüre es jetzt auch gerade hier in Monaco noch, obwohl endlich ein kühleres Lüftchen kommt. Und denn die Leute aus der Annual Meeting Community wissen, dass ich hier dann auf eine Hauptversammlung gehen werde der SBM Aktie. Also das ist sozusagen die Holding vom Fürstentum Monaco, wo Fürst eigentlich oder das Fürstentum also Ankeraktionär ist. Da gehört das Hotel de Paris rein, Café de Paris, das Casino, Monte Carlo Bay Hotel. Diese ganzen Bauten, der Neubau, der jetzt drüben gebaut wird, sozusagen das neue Land aufgeschüttet wird komplett. Das alles gehört also da rein in dieses Unternehmen. Da gehört auch dazu übrigens dann Glücksspiel Bad at Home. Da ist man hier mit einem Franzosen gemeinsam zu, ich glaube sogar 50 Prozent in etwa beteiligt, wie ist die Bad at Home Aktie. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich werde versuchen dazu auch ein Video dann zu machen. Nur die Begründung, damit euch nicht wundert, warum ich hier gerade in Monaco sitze. Freundlicherweise bei einem Freund am Boot untergekommen. Ja, vielleicht noch kurz zu meiner Wortmeldung. Oder nein, vorher noch. Sorry, es ist wieder chaotisch. 46 Aktionäre waren anwesend. Aktionäre und Vertreter, das ist vielleicht auch noch spannend für euch. Es gab zahlreiche Wortmeldungen oder es gab ein paar Wortmeldungen. Ich war einer davon. Bekannte Herr Müller übrigens war auch dabei. Leute, die aus Deutschland dieses Video sehen werden, wissen wen ich meine. Ja, was war meine Wortmeldung? Vielleicht fassen wir es ganz kurz auf den Punkt zusammen. Eine genauere Frage, wie man trackt die Erfolge im Social Media Marketing. Aber vor allem auch die Sache, dass ich persönlich bei der praktischen Anwendbarkeit der Produkte, der Mode für die Millennials ein bisschen ein Problem noch sehe. Man hat mir auch vergewissert, hier kommt das ab November mit einer neuen Designerin komplett neue Mode dann auf den Markt. Da habe ich ihm große Hoffnung. Habe ich auch nachgekauft deshalb die Aktie. Verlasse mich da jetzt mal drauf, dass das stimmt. Ja, Problematik ist vor allem, die ich so sehe, dass das Gewand eben im Alltag einfach... Auf den Fotos sieht das super aus. Ja, ich werde das im Katalog sehen. Ich habe hier ein paar Eindrücke, hier sieht es super aus. Das Problem ist, dass sozusagen der Großteil und alles, was man so sieht, extrem weit oben sozusagen von dieser Underwear, Skinwear etc. Das ist alles extrem weit am Bauch oben, das sieht man jetzt nicht in der Kamera, am Bauch oben sozusagen schließt. Und ich kenne ja die Mädels aus dem Millennial Alter, die wollen natürlich auch sexy sein, was man mit der Wäsche keine Frage auf jeden Fall ist. Aber im Alltag, ja, man zieht im Alltag nicht nur die Unterwäsche an, sondern kombiniert das eben mit einem Kleid oder mit einem eben Rock und einem Top oder so. Und da ist sehr viel Bauch frei und das geht nicht mit dem, weil das immer drüber steht quasi über die Hose und alles. Und da sehe ich halt das Problem. Ja, man mag mich auslachen dafür, aber mir haben einige Aktionäre recht gegeben. Und vielleicht, wenn man das ändert und sozusagen eine tragbare Mode macht in der Praxis, dann wird sich das natürlich unter Umständen noch mehr verkaufen. Jetzt auf diesem Bild, was ich meine hier. Das geht also alles immer so weit rauf. Und das ist, wurde mir gesagt von Frauen, nicht sehr einsetzbar im Alltag. Also meine große Bitte. Wenn sie es gut verkaufen würde, würde ich nichts sagen. Aber nachdem sich das nicht verkauft, das Zeug, oder nicht so sehr, sonst hätten wir andere Zahlen, sehe ich die größte Hoffnung, dass man hier vielleicht ein bisschen auf so dumme Aktionäre wie mich hört und die Designerin, die Neue das vielleicht eh schon berücksichtigt hat und hier sozusagen die Mode vielleicht auch in dem praktischen Alltag mehr anpasst an die Mode von heute. Und da denke ich mir, könnte man vielleicht dann auch noch größere Erfolge erzielen. Es gab dann anschließend ein ausgezeichnetes Buffet, wunderbare Gespräche mit dem Vorstand, bin ich unheimlich dankbar dafür. Super Austausch mit anderen Aktionären wie gewohnt und Aktionärinnen, also vielen, vielen Dank. So, ja, jetzt habe ich auch Hunger. Das war meine Zusammenfassung zur Wolffort AG, meine Gedanken dazu. Vielleicht hilft es einem oder anderen ein bisschen was, vielleicht ein bisschen interessant. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Ich sage auf jeden Fall Danke fürs Ansehen, wer das Video bis jetzt angesehen hat. Fürs Ansehen oder überhaupt für das Reinschauen, auch wenn man nur einen Teil vielleicht davon geschaut hat in das Video. Daumen hoch, würde mich natürlich motivieren. Ich wünsche uns allen auf jeden Fall alles, alles Gute. Immer wieder spannend so ein Leben. Und ja, vielleicht geben wir auch noch einen kurzen Umblick. Ich glaube, das ist auch nicht so alltäglich, so ein Blick hier rein. Alles, alles Gute und schöne Grüße aus dem sonnigen Süden. Bleibt auf meinem Kanal, abonniert ihn vielleicht. Glaubt mir, es kommen noch ein paar spannende Hauptversammlungen jetzt. Wie zum Beispiel die hier aus Monaco.